Wir sind wieder da bei Pandora's Tower. Nachdem Sabrina etwas leckeres gegessen hat, können wir jetzt den Weg hier fortsetzen. Ja, hopp, gut. Ist das was? Ja. Geh mal hier rüber. Da nach links. Natürlich nach links. Ja, und da vorne ist auch was. Das ist egal, geh erstmal nach links. Oh Gott. Hier Richtung Veränderung. Ja, es war klar. Es war so klar. Es war einfach so klar, weil man hier nicht Richtung verhindern kann. Nicht schimpfen, Caleb. Nicht schimpfen, na gut. Sein braves Wauwau und schimpf nicht. Trotzdem ist es relativ unglücklich gelöst, dass man hier nicht die Richtung verhindern kann. Ich glaube, du bist schneller, wenn du läufst. Ich wollte ein bisschen üben. So, das war ja schon mal nicht schlecht. Ich bin halt kein Tatsahn. Oh, ja. Wer sich erinnert, im ersten Feuer-Dungeon war das auch mein größter Feind. Ja, das ist sehr lustig. Also. Rüber da. Sehr schön. Klappt doch. Ja, das klappt. Wenn ich gerade nach vorne gehe, habe ich hier die Richtung zu ändern. Oh Gott, ey. Ich kann mich ja fast nicht schocken jetzt. Jetzt passt's. Nein. Bis gleich, Leute. Wenn wir da drüben gelandet sind. Ihr seht's dann schon. Okay. Jetzt. Boah. Ich glaube, nach außen wäre es ein bisschen ungefährlicher gewesen. Hier scheint absolut nichts zu sein. Super. Okay, was ist das? Das ist Feuer. Oh. Okay. Anzünden. Anzünden. Eine Kette. Was bist du für ein Böses? Eine Kette. Yes, eine Kette. Gut. Die hätte ich sie wirklich nicht vermutet. Ha, ha. Ich frage mich, was dann da ist, wo ich eigentlich ursprünglich hinwollte. Aber das sehen wir dann wohl noch rechtzeitig. Ist das ein Monster? Vorsicht, Monster! Aha. Er weigert sich auch irgendwie runterzuspringen, weil er eigentlich nicht so gut ist. Angst davor zu haben scheint. Oh, ne. Was ist jetzt normal? Was sich zumindest erst dieser... Was ist denn das für ein Mega-Grafik-Bug? Der Schatten von dem Fiech ist oben auf dem... Der Schatten von dem Fiech war auf der... Ich erreiche das Fiech nicht mehr. Was ist das für ein Bug? Ich muss ihn töten. Anders komme ich an das Zeug nicht mehr ran, was er hat. Was ist das denn? Warte. Geh mal nach hinten. Such mal, ob hier noch irgendwas ist. Was? Ah! Tatsächlich. Cool, Quecksilber! Hö, hö, hö. Okay, nur kleine Münzen, aber sonst. Ja, das Quecksilber ist schon relativ nützlich. Ich glaube, für ein Paras-Schletter brauche ich es noch. Ich glaube, nicht mehr für alles. Dann geh hoch! Nicht wieder runter! Wieso? Da unten ist doch eine Tür. Na. Und was ist hier hinten? Guck mal, da nach hinten. Oh Gott! Hoch! Was machen sie mit mir? Das sind wahrscheinlich bessere Items. Geh hier hin. Nee, ist nichts. Äh. Ich hoffe mal, ich erscheine nicht mehr eine Zeit. Aber gut. Junge! Ah! Hoch! Also. Ich bin... Phönixstein! Phönixstein. Das brauchst du doch für die Doppelklinge. Sicher? Ja. Dann ist es gut. Ich hoffe, ich kann das danach auch irgendwie herstellen. Aber gut. Vielleicht ist es ja auch was, was du gar nicht hast, oder? Oh! Da glitzert was! Nee, wenn der Phönixstein-Versor sich noch nicht hatte, dann könnte man gar nicht sehen, dass ich das noch für irgendwas brauche. Ach so, okay. Man braucht alles mindestens einmal, als wenn du dann falsch ein Ding zeigen kannst. Sind das zwei Ketten, oder? Das ist eine, würde ich sagen. Eine. Schwerer Münzen, auch nicht schlecht. So, für die muss man auf jeden Fall schon mal hart schaffen, für die Kette. Zwischen einige Seiten des Dungeons. Wow. Tot gemacht. Nasses Fleisch! Äh, mal hin. Also im Wasser, dann soll ich mich ja auf das Nasserfleisch geärgert. Hier bin ich ja direkt froh, wenn nichts kommt. Aber jetzt würde ich nicht mehr die Kette sehen. Hä? Ach so, das sind Vögel! Oder Flatterviecher! Hoh, nach oben! Böse Viecher! Ich sehe ja hier überhaupt nichts. Mach die zum Feuer hin! Kannst du nicht schmeißen? Schmeißen? Die gegeneinander schmeißen! Eine schlechte Idee. Da hinten flattert noch was! Da! Da hinten! Ja, die machen sich mit dem Gift immer wieder fertig. Das ist kein Gift, das sind Schallwände. Deswegen meinte ich ja... Ah, Gift hätte zu Zubat gepasst. Aber komm! Ah, sein Sekret! Cool. Auch nicht schlecht! Komm! Und jetzt nur noch du, wenn ich es richtig sehe. Yes! Jetzt würden Blitz und Planks. Das hätten wir gerade richtig schön sauber gemacht. Hä? Du kannst die alle voll auch eins haben, wenn du drüberläufst, Caleb. Ich weiß. Das dauert meistens ein bisschen länger, bis du die Verbindung dann gefunden hast. Cool. Scheint alles paletti zu sein. Licht kriegen wir allerdings keins. Aber da ist die Kettentür. Ja, die Kettentür kriegen wir. Okay. Ich glaube, die hat sich als... Ja, Gewinn schon fast gelohnt, oder? Ja. Braucht man natürlich schon. Ich bin ein bisschen... Verunsichert, wie es weitergeht. Weil es war jetzt erst die erste von drei... Da glitzert das! Ja, ich hole es vor. Elysium-Scherbe. Juhu! Scherbe, super. Aber ich glaube fast, ich muss jetzt noch keine benutzen, weil ich glaube, ich komme relativ schnell zurück. Wann ist das, wie lange es sein wird? Jetzt hat sie wieder das Weiße an. Irgendwie ja schon. Ich kann es nicht machen. Ich kann es einfach nicht machen. Ja, ich kann es nicht machen. Ich kann es nicht ohne Sie. Du hast ihm die Beine abgerissen. So. Ich würde fast sagen, das müsste eigentlich bald... Mit meiner Erfahrung, bisher müsste jetzt bald was kommen, wo du zurückteleportieren kannst. Ja, ich habe doch zwei Editions-Scherben, aber ich kann mich hier auch relativ... Dann kommst du aber nicht so schnell wieder hierher. Das Schwingen ist halt dein größtes Problem und nachher ist die Motte auch wieder da. Das Schwingen ist an und für sich kein Problem. Das einzige Problem, was ich habe, ist... Du musst durch die Motte wieder gehen, Caleb. Nee. Warte, geh hier über den Steg. Aber schau doch nochmal die Leiste an. Ja, aber noch ein bisschen kann sie aushalten. Da ist ein Elixier. Ja, ich habe es doch. Ach, scheiße. Ich bin sicher, da oben wäre noch was zu sehen. Oh, ja, jetzt musst du hier nach da hinten. Geh bitte noch ein bisschen weiter. Achtung, Feuerfliege. Oh Gott. Ja, ist gut. Scheiß Teil. Nein, ich muss Tatsache spielen. Aber gut, das ist kein Problem, weil ich muss ja nicht die Richtung wechseln. Ja, fühle dich nur wichtig. Das ist krass, ey. Okay, ruhig bleiben. Schwingen. Okay. Und hopp. Yes. Sehr schön. Halt, halt. Guck dich hier oben erstmal um. Ja. Ah, cool. Ah, und ich hatte recht, es gibt bald die Abkürzung. Ja, das ist zwar richtig, hatte ich schon auch mit gerechnet, nur die Sache ist, ich weiß jetzt nicht, ob sie nicht schon mutiert. Was? Ich weiß nicht, ob sie nicht jetzt schon mutiert. Ah. Wir schaffen es gleich raus. Mach die Abkürzung nur noch fertig und dann gehen wir sofort raus. Das war beim vierten Tempel nämlich ähnlich. Da drüben. Ich bin tatsächlich verwundert, weil ich finde, der sieht den vierten Tempel wirklich extrem ähnlich. Also beim Wasserdansch habe ich mich schon gewundert. Aber der betreibt schon ein bisschen mit der Ähnlichkeit. Kann ich das Geld nicht kaputt machen? Okay, jetzt geh raus. Äh, so gut. Lass dich von nichts aufhalten, geh raus. Da ist die Türe. Geben dir. Dann geben wir Helena jetzt das Fleisch, wir sehen uns dann gleich wieder, Leute. Also, ciao. Okay, Leute, wir sind wieder da. Ja, ähm, ich habe diese Tür hier betreten. Und dabei vergessen, weiter zu spielen. Ja, ja, überhaupt kein Ding. Auf jeden Fall, äh, ja. Hilfe! Kann ich hier noch? Okay, hier gibt es auch noch einen Weg. Also, wenn ich nicht über das Lavazeug muss, werde ich da auch nicht drüber zu gehen. Ich denke schon, dass du es musst. Ja, natürlich werde ich es irgendwann müssen, aber ich versuche nicht. Kannst du an den Steinen da nach oben? So lange, wie würde ich drum rumziehen. Schwere Münzen. Darauf verzichte ich nicht. Baby. Das ist noch mein Glitterteil. Ja, ich... was muss anzuziehen. Ja. Das ist nicht Baby. Nein, überhaupt nicht. Das ist das Gegenteil davon. Hoch. Okay. Leute, wir sind wieder da. Ich hatte... ...Trabe 3 Kreuze gemacht, dass ich hier fertig war mit diesem Dungeon. Und jetzt... Jetzt geht es wieder los. Und was ist hier los? Kann der nicht nach links laufen? Nee, kommt ja irgendwie nicht weiter. Okay, dann geh wieder runter. Ja, Mist. Ja, aber letztlich sinnlos. Das hier aber gut gut. Ja, geh weiter. Hier haben wir was. Hoch mit dir. Du musst mit der Kette hochschießen. Ich sehe eine Leiter. Aber ich sehe mehr auch nicht. Mir scheint es auch... Doch, hier kann ich hin. Hm. Ich habe jetzt erst mal versucht, mein Glück nach oben zu suchen. Vielleicht muss man hier unten auch etwas machen. Ich bin da relativ unsicher. Nee. Oh Gott. Das ist was, um wieder hoch zu gehen. Wahrscheinlich eine Abkürzung zurück, Caleb. Ja, okay. Kann sein, dass du einen falschen Weg gegangen bist. Das vermute ich. Muss wahrscheinlich wieder runter. Und was ist hier, wenn du hier runter... Hm? Oh. Das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Ja. Also wir... HALT! NOOOO! Ich sagte doch HALT! Bleib doch stehen, wenn ich HALT sage! Ja, das ist gar nicht so einfach, du. Mit Verzögerungsreaktionszeit und so. Oh. Taucht der Stein einfach in die Lava ab. Ich fasse es nicht. Stopp! Hopp, hopp, hopp! Nein! Verdammt! Meine Fernbedienung streikt wieder. Hopp! Schnell! Hoch! Meine Fernbedienung streikt. Du musst hier drüber. Es ist unfassbar. Ah, da war was zum Heben. Da hättest du dich auch heben können. Das hat mich im fünften Turm schon richtig zerschmettert. Ich musste dabei es sogar kurz pausieren, weil es einfach nicht möglich war. Fünfter Turm ist was gewesen? Das war jetzt. Da musste man auch über so Platten drüber sprengen. Also ist das auch Stahl gewesen oder welches Element? Ja. Okay. Hopp! Ah, nee, du kannst dich hier gleich halten! Dann! Nein, kann ich nicht. Dann zieh dich hoch! Scheiße, SPRING! Es ist lame. Es ist einfach lame. Oh, Mensch! Du kannst auch nur hier hinten rausspringen. Ich weiß nicht, warum dieser Kontrolle es nicht tut. Es ist einfach unlogisch. Es ist unlogisch ohne Ende. Vielleicht ist die Sensorleiste nicht so richtig gut angebracht. Ich kann die Sensorleiste nirgendwo anders anbringen. Ja, weil hier vorne alles vollgestellt ist. Nee, ich hab's doch schon versucht, das da unten wegzumachen. Das geht einfach nicht. Echt nicht? Ja, super. Du weißt schon, dass du da auch die... Ja, super! Spring! Hier hoch! Alter! Agent! Es sagt einfach. Sowas hasse ich. Warum muss so etwas sein? Kann man nicht einfach sagen, dass man ohne Anlauf auch irgendwo hochkommt? Ich meine, man muss doch mal damit rechnen, dass es nicht immer optimal verläuft. Okay, es kommt hoch! Spring! Super! Vollidiot! Hier zu uns und... Da ist kein... Da ist kein... Ja, da spring! Nicht runterfallen! Hochziehen! Hochziehen! Da direkt! Okay. Und schwing dich! Hopp! Hochziehen! Warte, warte... Du kannst dich gleich auf die andere Seite ziehen! Ich seh's! Danke, ich Gott, Schio! Hoch! Oh, da unten sind wieder die Lavasteine, wo man springen muss. Nein, hier ist nichts! Hoch mit dir! Ich hab keine Ahnung, wo ich hingehe. Ich hoffe einfach mal, dass ich irgendwas richtiges tue. Mach die Treppe da auf! Ja, ich seh's schon. Treppe. Ich hoffe, ich hab jetzt nicht nur eine lächelige Akkus erzählt. Und was will ich mit diesen Inferno-Bomben? Was will ich damit, hä? Wahrscheinlich hättest du damit auch die Motto. Ich meine Inferno-Bomben. Ich denke, das ist nur eine Abkürzung, Caleb. Ich guck einfach mal. Mie! Ganz weit runter. Ja. Ist das eine Truhe da unten? Was? Ja. Ja gut, eine Kiste. Oh! Lodon, ein Riss. Am Grund des Hochofens wurde ein Riss entdeckt. Gerade noch rechtzeitig, bevor geschmolzenes Metall ausbreden und die Umgebung in der Flammen des Inferno verwandeln konnte. Es ist die Schuld des Meisters. Es ist nur schwer zu glauben, aber die Bestie ist so mächtig, dass sie das Ganze vorher im Turm beeinflusst und auf Temperaturen treibt, die den Hochofen überlasten. Dieser Mars-Meister hat die Machtfeuer zu erschaffen, mit dem der Hochofen nicht mehr zurechtkommt. Die Offiziere würden die Bestie gerne in der Schlacht einsetzen. Ich hoffe nur, dass sie wissen, wie man sie funktionieren kann. Ja, nicht. Äh, ne, da ist die Türe, da sind wir gerade reingekommen. Also gut, Leute, das reicht dann auch für diesen Part. Ähm, ihr könnt mich immer mit einem Daumen hoch unterstützen, falls er euch gefallen hat oder runter. Und ihr könnt auch einen netten Kommentar hinterlassen oder ein Bravo geben, falls es wirklich episch war. Ich suche dann hier das nächste Mal meinen Weg weiter. Bis dann, Leute. Tschüss.